Kann man von einem Sub aus angeln? Ich wollte es wissen und habe mir das Fishing Sub von Allround Barine bestellt. Ich hatte das mit in Norwegen und habe damit auf dem Fjord geangelt, auf Dorsche, Makrelen, Pollack, hat richtig gut funktioniert. Ich kann vor allen Dingen sagen, meine Familie hat total gefeiert, das ist so eine richtige Badestation für uns geworden und ich hatte es auch im Einsatz bei der Location und beim Füttern während des Karpfenangels. Bisher, Daumen hoch, richtig geiles Teil, ich feiere das. Sollte ich damit noch mehr erleben, werde ich euch natürlich hier daran teilhaben lassen. Was mir an dem Ding super gut gefällt, es ist überbreit, es ist extrem stabil, man kann damit nicht kentern, ich kann sogar Ausrüstung drauf packen und ich bin sehr, sehr gespannt, ob ich da nicht auch vom Sub aus Karpfen mit stalken kann. Wenn ihr es wissen wollt, folgt mir doch einfach hier, lasst mir ein Abo, da würde mich sehr, sehr freuen. Vielen Dank!